Ach, Leute, seht ihr das? Es schneit. Im besten deutschsprachigen Land. Nein, Spaß. Weil ich professioneller YouTuber bin, habe ich dieses Maßband hier mitgenommen. Und wir schauen jetzt, wie hoch der Schnee ist. Er ist schon 13 cm hoch. Und das ist echt gruselig, weil heute ist Freitag, der 13. Na, Spaß aber. Seht euch das an. Okay. Ach so, da ist echt viel Schnee. Aber da hinten im Wald sieht man jetzt unsere Kuh, die gehen nochmal zur Straße. Also den ganzen Weg noch da vorne und die Einfahrt draußen habe ich schon freigeschaufelt. Und Schnee ist echt faszinierend. Okay, und lasst euch nicht vom Titel verwirren. Aber traurig, ja.